Diese Sitzungen sind für alle Mitglieder des Ordens verpflichtend, Schwester Anne. Meine Mutter litt unter Depressionen. Annie? Annie, Schatz, kann ich reinkommen? Aber schon als Kind wusste ich, dass es... Annie, mach bitte die Tür auf. ...mehr war. Lass mich rein, Annie! Lass mich rein, Annie! Meine Mutter sprach davon, dass sie diese Stimmen hörte. Lass mich rein, Annie! Lass mich rein! Sie sagte aber, dass diese Stimmen nicht wirklich Sie wollten. Sie wollten mich. Die Zitadelle ist gefallen. Schwarzer Rauch verdunkelt die Sonne. Denn wie einige von euch vielleicht schon wissen, haben wir eine Studentin in der Klasse als Beobachterin. Also, lasst uns in den Schlund der Hölle hinabsteigen. Heutzutage gibt es mehr Fälle von Besessenheit als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Ihr müsst also um jede einzelne Seele kämpfen. Verteidige uns im Kampfe gegen den Geist des Bösen. Ich glaube, der Dämon, der Natalie quält und der Dämon, der meine Mutter besessen hat, sind ein und derselben. Ich würde gerne Schwester Anne unterrichten, damit sie sich schützen kann. Und andere. Diese Beziehung, die sie hat, ist etwas Persönliches. Wir haben auf dich gewartet. Deine Mutter hat eine schöne Stimme. Hallo? Lass mich ein! Sei vorsichtig. Sobald du den Teufel kennst, kennt der Teufel auch dich. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020